Der große Krieg Der große Krieg Der große Krieg 80 Jahre nach dem Krieg Kosten die Welt, Saza, doch immer von Sieg Biologisch kämpfen sie noch gegen uns Migration hat ihren Grund 80 Jahre nach dem Krieg Kosten die Welt, Saza, doch immer von Sieg Biologisch kämpfen sie noch gegen uns Migration hat ihren Grund Nennt sie Gastarbeiter, Ärzte oder Fachkräfte, Raketenforscher, Neibürger oder einfach Gäste. Sie zeigen langsam ihr Gesicht und handeln, getreu dem Land wird sich unser Land verwandeln. Keine Mutter sicher, keine Oma, keine Ziege, keine Kontrolle mehr, so lang muss ein Sieg sich verbiegen. Millionen hergeholt, über Grenzen, übers Meer, biologisch gestörtes Volk, ein Zurück gibt es bald nicht mehr. 80 Jahre nach dem Krieg, kosten die Belsatzer noch immer vom Sieg, biologisch kämpfen sie noch gegen uns, Migration hat ihren Grund. 80 Jahre nach dem Krieg, kosten die Belsatzer noch immer vom Sieg, biologisch kämpfen sie noch gegen uns, Migration hat ihren Grund. B Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020